Das ist ein Forschungsergebnis, das alles in Frage stellt. Müssen wir die dunkle Materie nochmal ganz neu denken? Ihre Existenz scheint klar. Doch die Suche nach den konkreten Teilchen, die ihr zugrunde liegen, ist weiterhin ergebnislos. Eine neue Studie aus Südkorea wirft neue Zweifel auf, ob es die Teilchen der dunklen Materie, die vielversprechende WIMS, tatsächlich gibt. Oder ist die dunkle Materie etwas ganz anderes? Klick zum Science & Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Haben wir die mysteriöse dunkle Materie schon längst gefunden? Die Rede ist von den sogenannten Weakly Interacting Massive Particles, kurz WIMP, übersetzt in etwa so viel wie schwach wechselwirkende, massereiche Teilchen. Man geht davon aus, dass die auch als Schwächlinge bezeichneten Partikel eine große Masse haben, elektrisch neutral sind und eben nur in geringem Umfang mit anderen Teilchen wechselwirken. Doch diese dunklen Materieteilchen sind bislang nur hypothetisch und wurden einzig und allein vorhergesagt, um das dunkle Materie-Problem zu verstehen. Und somit wäre die Entdeckung und der Nachweis dieser WIMS sicherlich einen Nobelpreis wert. Bilden diese mysteriösen WIMS, also die dunkle Materie, diese macht Schätzungen zufolge bis zu 27% des Universums aus. Hinzu kommen noch knapp 69% dunkle Energie. Die normale, sichtbare Materie im Universum, also alle Galaxien, Sterne und eben auch wir, machen dagegen nur einen winzigen Anteil von 4,9% aus. Das sagt der aktuelle Stand der Physik. Vorstellen kann man sich die dunkle Materie demnach vielleicht als sehr feinen und nicht sichtbaren Nebel, der zwischen den Sternen wabert. Doch obwohl sie nicht direkt sichtbar ist, macht sich die dunkle Materie indirekt bemerkbar und zwar durch ihre Gravitation, die ganze Galaxien um sich gruppiert und die auseinanderfliegen würden, wenn es die dunkle Materie nicht gäbe. Den gängigen Theorien zufolge ist dunkle Materie also durch ihre Wirkung als eine Art Klebstoff dafür verantwortlich, dass das Universum überhaupt existiert. Das große Problem aber für die Fachwelt, dunkle Materie ist unsichtbar. Sie sendet weder Licht aus, noch reflektiert sie dieses. Noch nie hat sie irgendjemand gesehen oder eben Teilchen gefunden, aus der sie bestehen. Ihr direkter Nachweis steht also bis heute aus oder beziehungsweise ist noch nicht endgültig bewiesen. Doch mit der Hilfe des sogenannten Dama-Libra-Experiments in einem italienischen Gebirgsmassiv will ein Forschungsteam die mysteriösen Wimps aufgespürt haben. Dama steht für Dark Matter, also für die dunkle Materie. Hier werden Detektoren aus Natriumiodid genutzt, um die potenziellen Teilchen der dunklen Materie auf die Schliche zu kommen. Wenn die unsichtbaren Teilchen der dunklen Materie durch die Natriumiodid-Kristalle hin durchrasen, sollen sie hin und wieder an einem Atomkern streuen und Lichtblitze aussenden. Schon vor einigen Jahren wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier mit der Hilfe des riesigen Detektors aus Natriumiodid Signale von Wimps beobachtet haben. Dazu der Physiker Florian Reindl. Wir haben etwas gefunden, aber es ist ein sehr mysteriöses Signal. Doch das Problem, bisher konnten keine anderen Experimente, die weltweit stattfinden, solche Teilchenspuren entdecken. Fest steht, um die mysteriöse dunkle Materie wirklich sicher nachzuweisen, braucht es ähnliche Ergebnisse in anderen Experimenten. Denn so funktioniert die Wissenschaft. Man könnte quasi sagen, einmal ist keinmal. Dazu die Physikerin Federica, die mit der Hilfe des Crest-Experiments nach dunkler Materie sucht. Die Dama-Kollaboration hat zweifelsohne ein Signal entdeckt, das mit der Erwartung für dunkle Materie kompatibel wäre. Aber so eine Entdeckung sollte von einem unabhängigen Experiment überprüft werden. Und tatsächlich gibt es zahlreiche Projekte weltweit, die die Dama-Signale reproduzieren wollen. Unter anderem Anais in Spanien, Cosini 100 in Südkorea und DMAs in der Antarktis. Auch hier will man mit der Hilfe von Natriumiodid Detektoren der dunklen Materie auf die Schliche kommen. Bisher konnte aber keines der Experimente die Indizien für dunkle Materie bestätigen. Woran liegt das? Ist die Datenlage möglicherweise noch zu dünn oder wurde die Nachweisschwelle nicht erreicht? Die Zweifel am Dama-Experiment werden immer lauter. Und jetzt das zur Enttäuschung vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lässt eine neue Studie aus Südkorea, die ohnehin bestehenden Zweifel an der Existenz der WIMS wachsen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das Cosini 100-Experiment betreuen, haben jetzt ihre Ergebnisse von der Suche nach Teilchensignalen veröffentlicht. Wie ist das Fazit des Forschungsteams und warum findet sich einfach weit und breit kein einziges WIMP? Müssen wir unsere Idee von der mysteriösen dunklen Materie überdenken? Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass die dunkle Materie aus noch unentdeckten Elementarteilchen besteht. Diese gehen wohl auf den Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren zurück, wodurch das heutige Universum überhaupt erst entstand. Diese mysteriösen dunklen Materienteilchen sind der Theorie zufolge in der Lage, einfach alles im Universum einfach so zu durchqueren. Diese Eigenschaft hat die Partikel auch zu ihrem Namen gebracht. Schwach wechselwirkende, massereiche Teilchen. Man geht davon aus, dass die auch als Schwächlinge bezeichneten Partikel eine große Masse haben, elektrisch neutral sind und eben nur in geringem Umfang mit anderen Teilchen wechselwirken. Und dennoch will man beim DAMA-Experiment fündig geworden sein. Doch an diesem Ergebnis gibt es Zweifel. Vor fünf Jahren, 2016, hatte man dann das COSINE-100-Experiment in Südkorea gestartet, um das italienische Experiment und möglicherweise auch seine Ergebnisse zu reproduzieren. Der Versuchsaufbau wurde also tatsächlich an den Start gebracht, um die DAMA-Ergebnisse unabhängig zu prüfen. Können die WIMP-Signale also widerlegt oder aber bestätigt werden? Bereits nach 60 Tagen Beobachtungszeit ein ernüchterndes Ergebnis. Demnach konnte man das DAMA-Signal mit Hilfe des COSINE-100-Experiments nicht reproduzieren. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt und dieses vorläufige Resultat galt nur für eine Sorte von WIMPs. Möglicherweise aber zeichnen sich diese hypothetischen Teilchen durch andere Eigenschaften aus. Möglicherweise sind sie massereicher oder weniger massereich als gedacht. Oder aber reagiert der südkoreanische Detektor auch anders als sein italienisches Pendant? Die Fachleute waren also weiterhin optimistisch, die Messungen aus Italien mit denen aus Südkorea in Einklang zu bringen. Der südkoreanische Versuchsaufbau liegt 700 Meter unter der Erde. So will man nach dem WIMP-Signal suchen. Knapp zwei Jahre lang, von 2016 bis 2018, hat man hier Forschungsergebnisse generiert. Und genau die haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt veröffentlicht. Demnach konnten keinerlei Hinweise auf das im DAMA-Experiment aufgespürte Signal gefunden werden. Es konnten also keinerlei Anzeichen dafür gefunden werden, dass potenziell existierende WIMPs mit dem Detektor interagiert haben. Dazu sagt eine der beteiligten Physikerin Gizmondo Rainer Maruyama. Unser Team hat herausgefunden, dass das, was DAMA beobachtet hat, unter den meisten grundlegenden Annahmen darüber, wie WIMPs mit gewöhnlicher Materie interagieren sollten, nicht die dunkle Materie sein kann. Das Ergebnis reiht sich also in die Ergebnisse vorheriger Untersuchungen ein. Vollkommen widerlegt ist das DAMA-Signal aber dennoch nicht, denn dafür müssten noch weitere Daten gesammelt werden über Jahre hinweg. Hinzu kommt, dass ein weiterer Punkt noch genauer untersucht werden soll. Dazu die Physikerin Gizmondo Rainer Maruyama. Wir haben die von DAMA beobachtete jährliche Modulation, die laut DAMA auf dunkle Materie zurückzuführen ist, noch nicht eingehend getestet. Das ist unser nächstes Ziel. Die Rede ist hier von einer jahreszeitlich auftretenden Schwankung bei den beobachteten Signalen. Hier liegt der Höhepunkt im Juni. Der Grund dafür, das Sonnensystem kreist um den Mittelpunkt der Milchstraße und die Erde um die Sonne. So addieren sich je nach Position die beiden relativen Geschwindigkeiten. Nicht nur die Erde, sondern auch die Detektoren erleben somit mal einen stärkeren, mal einen schwächeren Teilchenwind. Auch das DAMA-Forschungsteam hat sich auch schon zur neuen Studie aus Südkorea geäußert. Laut der italienischen Physikerin Rita Bernabei würden die Cosini 100 Ergebnisse nichts an der Untersuchung der dunklen Materie ändern. Ihrer Meinung nach seien die beiden Experimente nicht identisch und somit nicht vergleichbar. Die Methodik des Cosini 100-Experiment kann ihrer Meinung nach zu großen Unsicherheiten und Verzerrungen führen. Der Physiker Dan Hopper fasst es in einem Interview mit Gizmodo folgendermaßen zusammen. Dennoch waren wir uns alle einig, dass es am überzeugendsten wäre, wenn ein Experiment durchgeführt werden könnte, bei dem genau die gleiche Art von Zielmaterial verwendet wird, wie bei DAMA. Ich weiß immer noch nicht, was DAMA sieht. Vielleicht ist es ein seltsamer Hintergrund oder einfach ein Fehler, den sie irgendwie gemacht haben. Aber was auch immer vor sich geht, es scheint nichts mit dunkler Materie zu tun zu haben. Oder vielleicht ist die dunkle Materie auch das, was der wissenschaftliche Direktor der ESA, Günther Hasinger, bei uns bei Clixoom im Exklusivinterview vermutet. Schwarze Löcher erklären die dunkle Materie, schwarzes Loch in unserem Sonnensystem anklicken, anschauen und abonnieren. Bis dann, bleibt dran!